Seit Jahrhunderten sind wir von Schutzengeln umgeben, die uns auf Schritt und Tritt begleiten. Doch von nun an könnte der neue BMW i5 ihren Job übernehmen. Kann er etwa in die Zukunft ziehen? Und er bringt Innovationen, die das Leben erleichtern. Der macht uns ja überflüssig! Er parkt wie von selbst ein und aus. Und kann sogar selbstständig überholen. Verblüffend, oder? Der neue vollelektrische BMW i5. Ab 21.10. bei Ihrem BMW-Partner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017